Mahlzeit Leute, herzlich Willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf meinem Kanal Taktik Fuchs Tactical Gaming. Ich möchte euch heute Scramble Battle of Britain vorstellen, ein taktisches Luftkampfspiel während der Luftschlacht über England im Jahre 1940-41. Und das besondere an diesem Spiel ist, und das ist für Luftkampf sicher erstmal gewöhnungsbedürftig, dass wir es hier mit einem rundenbasierten Vigo Spiel zu tun haben. Das bedeutet also, dass die KI und später hoffentlich auch der menschliche Gegenspieler und wir selbst unseren Zug parallel planen und dieser dann in einer Art Actionphase, ähnlich wie bei Combat Mission, umgesetzt wird. Ein Zug entspricht in diesem Fall dann ungefähr drei Sekunden, sodass wir quasi alle drei Sekunden wieder in die Planungsphase wechseln und somit unseren Flugzeugen bzw. Piloten neue Befehle erteilen können. Ich finde, das Ganze klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Ich persönlich bin ein großer Freund von Vigo Spielen, weil es sich für mich einfach authentischer anfühlt, wenn man selbst in seiner Planungsphase antizipieren muss, was der Gegner tun könnte, als wenn man wie im eher klassischen I-Go-Yugo Modus einfach nur auf den letzten Gegnerzug reagiert und der Gegner dann wiederum seinerseits dasselbe tut. Man muss hier allerdings dazu sagen, dass sich das Spiel noch in einer absolut rudimentären Version befindet. Die Menüs und Auswahlmöglichkeiten sind noch sehr begrenzt. Musik und Sounds sind gar nicht bzw. kaum vorhanden, aber ich denke, es ist trotzdem wert, hier schon mal zu diesem frühen Zeitpunkt einen Blick auf das Spiel zu werfen, denn die grundlegenden Mechaniken sind schließlich vorhanden und wir können unsere ersten Luftkämpfe im Vigo Modus bestreiten. Ich habe das Ganze übrigens auch schon mal im Stream angezockt. Wer sich dafür interessiert, den Link packe ich mal in die Videobeschreibung. Das Video findet ihr dann auf meinem Uncut-Kanal und hier möchte ich mit euch jetzt einfach mal ein oder zwei Szenarien spielen. Das wird also eine kleine angezockt Reihe. Ich nehme mal an, das wird so drei, maximal vier Folgen lang gehen und ja, dann schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickeln wird. Momentan gibt es noch keinen Release-Termin. Slytherin schreibt bei Steam derzeit bald verfügbar, was auch immer das heißen mag, aber ich gehe beim aktuellen Stand, gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich erst frühestens im vierten Quartal 2024 erscheinen wird, aber naja, das ist jetzt auch eher geraten, als dass ich hier irgendwelche Informationen habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit Scramble Battle of Britain. So, und da sind wir dann auch schon. Das ist unsere Mission. Eskordet Stukas am 1. August 1940. Wir sehen hier unsere drei Spitfire in blau. Wir sehen hier unten die drei Stukas, die deutlich tiefer fliegen als wir und zur linken und zur rechten jeweils eine Messerschmitt 109, die als Eskorten dabei sind. Ihr hört leider nichts, ja, aber das ist normal. Ich hatte es ja angekündigt, dass das alles noch sehr rudimentär ist. Es gibt keine Musik während des kompletten Spiels. Es gibt auch ganz wenig Sound. Ich glaube, man hört das Maschinengewehr Feuer, aber ansonsten war es das. Ist ein bisschen schwierig für die Immersion. Also ich bin jemand, der sowas eigentlich in Spielen immer braucht bzw. sehr, sehr gern hat. Aber wie gesagt, es ist eine frühe Demo-Version und es geht hier im Grunde darum, euch die grundlegenden Spielmechaniken zu zeigen. Von daher ist es, denke ich, zu verkraften. Aber wundert euch nicht. Ich habe also nichts vergessen, hier irgendwie einzuschalten oder so. Wir sehen hier drüben auch unsere drei Piloten. Jetzt für so ein Einzelszenario nicht wirklich wichtig mit Namen, aber es soll später ja auch eine Kampagne ins Spiel kommen, in der man dann letztendlich das Kommando über eine ganze Staffel übernimmt und eine Abfolge von Kämpfen ausführen muss. Und da ist es dann wohl schon relevant. Ich weiß nicht genau, ob dann auch sowas wie Erfahrung und vielleicht auch irgendwelche Fertigkeitspunkte oder sowas bei den Piloten ins Spiel kommt. Was aber eben auf jeden Fall reinkommt, ist eine Art Pilotenmanagement. Wir sehen das jetzt gleich, wenn wir starten. Denn wir sehen hier jetzt die Befehle, die wir den Piloten geben können. Und da ist unter anderem auch Bailout dabei. Das heißt, dass er sich mit dem Fallschirm versucht, aus der Maschine zu retten. Und das ist dann innerhalb einer Kampagne natürlich schon interessant. Denn im Grunde genommen ist ein erfahrener Pilot wertvoller als seine Maschine. Ja, von daher kann es durchaus dann wichtig sein, Pilotenleben zu retten, auch wenn die Maschine verloren ist. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Wir können hier mit Tab unsere Maschinen durchklicken. Wir sehen hier auf der linken Seite eine Übersicht über unsere Maschine. Das ist die Spitfire. Das ist unsere aktuelle Geschwindigkeit. Wir haben unsere aktuelle Höhe. Wir haben den Piloten. Und was wir hier sehen, ist das sogenannte G-Force-Meter. Also G-Kräfte werden auch berechnet. Je nachdem, was wir jetzt für waghalsige Manöver fliegen, wird dann auch berechnet, welche G-Kraft auf unseren Piloten wirkt. Und das kann dann auch durchaus zu einem Blackout oder sowas führen, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verliert oder dass sein Sichtbereich eingeschränkt wird, weil er, ja, weil die G-Kräfte einfach zu stark sind etc. pp. Dann haben wir hier das Wichtigste. Unsere Steuerung jetzt für den nächsten Zug. Was wir hier sehen, der blaue, der blaue Pfeil oder die blaue Linie ist quasi jetzt, das wäre das, was in der nächsten Actionphase abläuft. Das heißt, wir fliegen, würden bis da vorne hin fliegen. Dann ist die Actionphase vorbei und die nächste Planungsphase beginnt. Und jetzt haben wir hier ganz easy mit WASD, können wir jetzt eingreifen und können unserem Piloten Befehle erteilen mit A und D, dann entsprechend nach links und rechts. Ihr seht, wie sich hier unten der weiße Punkt verändert, wie stark ich dann eben nach links oder nach rechts einschlagen kann. Und dasselbe Spielchen gilt dann natürlich auch für W und S. W, dann senken wir die Schnauze und stürzen in Richtung Ärmelkanal und mit S ziehen wir die Maschine hoch. Und dann sehen wir hier schon, ich glaube, an diesen schwarzen Strichen hier außen, je länger und größer die werden, desto mehr G-Kräfte wirken. Und das sehen wir jetzt auch hier, wie das jetzt hier ausschlägt, entsprechend. Wenn ich das Ganze hier nur so nach vorne fliegen lasse, dann tut sich in diesem Bereich überhaupt nichts. Gut, hier können wir die Geschwindigkeit noch regulieren, Full Throttle, wir können Gas komplett rausnehmen, wir können auf Half gehen und hier drüben haben wir eine Übersicht über unseren Munitionsstand. 600 Schuss haben wir dabei. So, okay, dann würde ich sagen, visieren wir jetzt mit unseren drei Spitfires erstmal die tief fliegenden Stuckers an. Wir setzen hier mal Z-Target mit X. Jetzt haben wir diese Stucker hier unter uns als Ziel anvisiert. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt, ihr seht hier schon diese gelben Punkte oder diese gelben Striche. Und das ist jetzt nicht die G-Kräfte, die waren schwarz, sondern das ist jetzt der Bereich, in welchem wir feuern könnten. Wenn der deutsche Flieger den Weg macht, den wir hier vermuten, also im Endeffekt einfach nur geradeaus weiter fliegt, dann können wir auf diesem Bereich, könnten wir ihn beschießen. Das heißt, je mehr gelbe Punkte, je länger diese gelben Punkte sind, desto größer ist mein Zeitfenster, um ihn zu beschießen. Ihr seht, wenn ich jetzt hier nur so in diesem Bereich hier runtergehe, dann sind das Ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte und das Ganze vergrößert sich. Je steiler ich hier gehe, wenn ich dann wiederum zu steil werde, dann werden es natürlich auch wieder weniger. Das heißt, ich versuche jetzt hier mal so einen idealen Punkt zu bekommen und dann drücken wir hier auf Feuern und dann würde er, wenn wir jetzt dann den Zug abschießen, würde er diese Bewegung hier ausführen, dieses Manöver ausführen und dann auch entsprechend auf das gegnerische Flugzeug feuern. So, dann wechseln wir auf den Nächsten, gehen wir auf Finsbury und auch hier gehen wir jetzt erstmal, jetzt muss ich hier irgendwie, das klappt noch nicht so ganz genau, ach doch, der ist schon, der ist schon markiert. Alles klar, das heißt, hier müssen wir, glaube ich, eine leichte Kurve ansetzen, oder? Gehen wir auch gerade runter. Ja, wir machen das mal so. Müssen wir nur aufpassen, dass wir dann die Maschine rechtzeitig wieder hochziehen. Vielleicht nehme ich hier mal, ich nehme hier mal ein bisschen Geschwindigkeit raus bei Finsbury und gehe auch nicht auf das Optimum, was die Punkte angeht, sondern halt ihn noch so ein bisschen gerade eigentlich. Ja, also nicht weiter in den Sturzflug und wir gehen auch hier rein. Ammo, Feuer frei. Hier unten sehen wir übrigens Bereiche, die gelb sind, auf der feindlichen Linie und das müsste dann auch ein Bereich sein, in dem er wiederum auf uns feuern kann. So, dann kommt unser letzter, das ist Morten und mit Morten müssen wir jetzt erstmal hier Set Target und jetzt sehen wir hier, hier haben wir, wenn wir schon relativ früh das Feuer eröffnen und hier möchte ich aber eine kleine Linkskurve fliegen. Ihr seht, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Und auch hier nehmen wir aber ein bisschen Geschwindigkeit raus. Ja, probieren wir mal so und drücken auf Ammo. Nur wenn das hier gedrückt ist, schießt er auch. Also er schießt nicht automatisch, sobald er ein Fenster hat, sondern wir müssen ihm dann auch den Befehl geben. Das ist Frage von Munitionsmanagement. Ja, das kann in längeren Luftkämpfen, kann das ja dann durchaus sein, dass uns diese 600 Schuss nicht ausreichen. So, ich check nochmal alle durch. Befehle sind erteilt. Ja, Cut ist ein bisschen arg. Wollte auf Aff, nicht auf Cut. Und schauen wir nochmal hier. Ja, so machen wir das. Und jetzt, jetzt kommt die erste Action Phase. Wir drücken auf Next Turn. Und jetzt können wir uns auch, wie wir das zum Beispiel aus Combat Mission kennt, aus zig Perspektiven, aus unterschiedlichen Kamerawinklingen und so oft ihr wollt. Könnt ihr euch jetzt diese drei Sekunden eben anschauen. Wir fangen mal bei unserem Flieger. Ja, das ist glaube ich hier. Der Hemsworth war der ganz links außen. Das ist der erste. Den schauen wir uns jetzt mal an. Und lassen das Ganze laufen. Ja. Und dann habt ihr gesehen, dass hier doch schon der ein oder andere Treffer dabei war. Review Last Turn. Und jetzt können wir das Ganze hier wirklich Frame per Frame uns das Ganze nochmal anschauen. Jede, jedes einzelne Geschoss wird hier simuliert. Und hier können wir uns das Ganze jetzt. Können wir uns das Ganze auch mal aus Sicht von O. Becker anschauen. Ja. Und da kommen unsere, kommt unsere erste Salve und schlägt ein. Ja. Mehrfach. Mehrfach. Sehen wir es hier irgendwo. Kringen wir das angezeigt, wo wir ihn treffen. Hemsworth. Wir lassen das nochmal laufen. Ja. Wir sehen hier unten, wenn ihr hier drauf achtet, hier blinkt es weiß. Das sind die Treffer ins Heck hier. Hier noch nicht. Und jetzt kommt es. Jetzt blinkt es. Also da hinten haben dann Schüsse eingeschlagen. Sehr gut. Okay. Wir gehen auf den nächsten, auf Finsbury. Schauen uns den von Beginn an an. Lassen es mal laufen. Und schauen wir hier hinten. Hier am Schluss war dann, glaube ich, noch ein, zwei Treffer dabei. Ich glaube, der sogar vorne eingeschlagen hat, oder? Guck mal hier. Ja. Da im Motorbereich schlägt es ein. Ob das jetzt schon reicht, das wird sich dann erst in ein paar Runden zeigen. Wir gehen auf Morten. Den schauen wir uns jetzt natürlich auch noch an. Wo ist er? Hier. Das war eigentlich der mit dem längsten Feuerbereich. Ja. Weiß ich nicht, ob da jetzt so viel dabei war. Wir schauen uns das mal aus der Sicht von Schmitz an. Hier fliegt er. Und da kommen die ersten Schüsse. Recht ungenau. Ich glaube, da waren bisher keine Treffer dabei. Wir sehen hier unten auch noch nichts. Gut. Dann werfen wir mal noch einen kurzen Blick auf die deutschen Jäger. Und schauen wir mal, was die machen. Okay, der geht ebenfalls. Oh, ja, ja. Schaut mal. Das ist Morten hier. Und die Messerschmiede sitzt über uns. Da müssen wir aufpassen. Und der zweite deutsche Jäger ist hier Müller. Der hier jetzt auf Hemsworth eindreht und auch schon feuert in diesem Fall. Gut. So, das war unser erster Zug. Und jetzt können wir das Ganze, jetzt gehen wir in der nächsten, in die Planungsphase des zweiten Zugs. Und jetzt fängt das Ganze wieder an dieser Stelle an. So, und jetzt ist, ähm, er ist jetzt eigentlich, er ist jetzt schon durch, ne? Ihr merkt es, egal wie ich jetzt hier drehe, wir kommen nicht mehr an ihn ran. Ich bekomme keine Möglichkeit, hier weiter auf ihn zu feuern. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier wo, ach, ach, halt mal, wir sind hier bei dem mittleren. Und da möchte ich gar nicht anfangen. Wir fangen hier mal, diesmal auf der rechten Seite an. Und wir haben jetzt den Feind, die feindliche Stuka hier unten, die wohl nicht mehr wirklich zu treffen ist. Set Target. Wir gucken mal, ob wir da noch irgendwie rankommen. Nein. Aber wir haben hier oben ein Problem. Den Burschen. Und deswegen drehen wir jetzt hier mal eher nach rechts ab. Und fliegen hier entsprechend die Kurve und geben auch wieder Gas. Also das ist das, was Morten jetzt macht. Hemsworth ist ganz links außen. Da könnten wir jetzt noch einen weiteren Angriffsversuch fliegen. Aber wir haben natürlich ihn hier in der Seite. Das ist nicht ungefährlich. Ich bleibe trotzdem dabei. Wir gehen hier noch ein bisschen weiter in den Sturzflug. und versuchen unser Glück. Ich nehme ein bisschen Geschwindigkeit raus. Aber wir stürzen uns weiter auf ihn und geben Feuerbefehl. So, und jetzt kommt der mittlere. Und der wird jetzt entweder links oder rechts unterstützen, weil er an die vorbeifliegende Stuka eh nicht mehr drankommt. Das heißt, ich würde jetzt, glaube ich mal, wir ziehen hier... Ziehen wir nach links oder nach rechts? Wir ziehen... Ja, pass auf. Wir ziehen nach links. Wir ziehen nach links. Und nehmen auch mal ihn als Ziel. Ich weiß nicht, ob wir da... Schau mal, hier würden wir tatsächlich sogar Schüsse bekommen. Nehmen wir noch. Vielleicht kriegen wir ihn dann seitlich. Wenn es der Hemsworth nicht schafft, schafft es vielleicht der Finsbury. Okay. Schauen wir uns an. Uiuiui. Schmitz. Lost Aileron Left. Das schauen wir uns jetzt als allererstes mal an. Hemsworth. Hemsworth stürzt sich ja hier weiter von oben drauf. Sehr gefährlich. Den müssen wir... Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hochziehen. Er hat auch gar nicht so arg viel gefehlt. Guck mal. Wow. Aber da kommen auch richtig gute Treffer. Und ihr seht es hier im Motorenbereich auch getroffen. Weitere Treffer hinten. Aber da fehlt nicht viel. Und wir hätten ihn auch gerammt. Also das war knapp. Das war knapp kurz hinten dran. Ziehen wir runter. Und wir haben eben auch gesehen, dass jetzt auch von links hier die Treffer kommen. Die kommen von Finsbury. Der hier ebenfalls eingedreht hat. Und auch noch richtig gut ins Heck trifft. Und das müsste jetzt hier auch dieser Schaden sein. Er verliert hier... Er verliert hier Teile. Gucken wir uns das anschauen. Ja, ich glaube... Ich glaube, den haben wir eigentlich schon so gut wie erledigt. Dann gucken wir mal auf unseren dritten Mann, den Morten. Was der hier noch getrieben hat. Ja, okay. Da kamen jetzt eigentlich keine Schüsse mehr seinerseits. Er dreht hier direkt ab. Okay. Was macht... Der feindliche Jäger? Die müssen wir uns jetzt mal anschauen. Die sind jetzt spannend. Der Meier. Der Meier dreht hier eine Schleife. Okay. Und der zweite Jäger ist der Müller. Die M&Ms. Ja. Wow, 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 wow. Das ist ja ein heftiges Manöver hier. Und... Es hängt uns jetzt am Arsch, ne? Also da müssen wir jetzt aufpassen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Gehen wir in den nächsten Planungszug. Fangen wir bei Hemsworth an. Der jetzt hier wirklich gefährdet ist, ne? Ich würde sagen, wir... Der sollte sich jetzt also wieder fangen. Und nach links abdrehen. Ich gebe wieder Gas. Und wir ziehen die Maschine mal so rum hier. Weil... Also den Stuka, den... Den schreibe ich jetzt mal ab. Ich glaube, den haben wir erwischt. Da müssen wir uns jetzt eher um den feindlichen Jäger kümmern. Und das machen die beiden jetzt zusammen. Hemsworth. Wo ist der deutsche Jäger? Hier oben. Den möchte ich jetzt mal erst mal als Ziel markieren. Und dann... Ja, schaut mal. Den kann... Könnte ich hier... Sogar treffen. Jetzt müssen wir mal gucken. Nicht, dass wir hier auf Kollisionskurs sind. Oh, das sieht schon sehr, sehr gefährlich aus. Oder? An der Stelle. Wir probieren es mal so. Das wird auf jeden Fall saumäßig knapp. Aber no risk, no fun. Kommen wir zum Morten. Und wo ist da der feindliche Jäger? Hier hinten. Hier hinten. Okay, dann möchte ich eigentlich einfach nur wieder versuchen an Höhe zu gewinnen. Wir steigen hier auf. Wir steigen hier auf. Okay, das war's schon. Hier haben wir die Endphase. Äh, die... Die Endphase. Die Actionphase meine ich. Und wir schauen uns den Zug an. Und zwar als erstes hier drüben bei... Hemsworth. Ja, okay. Der kam hier auf jeden Fall nochmal gut davon. Und Finsbury. Oh, das wird jetzt spannend, ne? Hier rum. Und jetzt kreuzen wir gleich... Oh, okay. Der hat... Der... Ist jetzt anders geflogen als ursprünglich erwartet. Das war ein anderer Weg. Wir hätten ihn eigentlich hier irgendwo kreuzen sollen. Aber da hat die KI jetzt was anderes gemacht, wie das, was uns als Erwartungshaltung angezeigt wurde. Und schaut mal, wie knapp wir hier an ihm vorbei. Huiuiuiuiuiuiui. Eise Kiste. Während hier die Maschine doch massive Probleme hat. Und brennt. Also ich glaube, den können wir hier mehr oder weniger abschreiben. Und Morten. Ja, der macht das, was er sollte. Der gewinnt jetzt hier wieder an Höhe. Gut. Sehr schön. Ich würde sagen, ein oder zwei Züge machen wir noch. In der heutigen Folge. Gehen wir in die Planungsphase. Wo ist der nächste Jäger? Hier, ne? Ja, der Meier. Wo gehen wir jetzt hin? Ja, ich denke, hier geht es erstmal darum, weiter an Höhe zu gewinnen, um dann wieder den nächsten Angriff zu fliegen. Hemsworth. Wo ist da? Wo ist da? Da haben wir jetzt den Gegner hier rechts von uns. Das ist er. Also da geht es jetzt auch darum, wieder zu steigen. Die G-Kräfte sind jetzt hier ganz schön gewaltig, was wir ihm hier zumuten. Deswegen darf ich jetzt hier nicht zu steil wieder rausgehen. Ich denke, das hier ist ausreichend. Und das ist hier heftig genug. Und Finsbury? Ja. Machen wir so. Jetzt geht es erstmal darum, wieder nach oben zu kommen. Okay. Zug beenden. Und das Ganze schauen wir uns jetzt natürlich bei allen an. Oh. Hemsworth hat einen Treffer gekriegt. Lost Elevator Ride. Wo ist er bei Hemsworth? Hier war er. Da direkt am Anfang, ja. Hier hat er einen Treffer bekommen. Uh. Ich glaube, da war das. Ich glaube, das war gar kein Treffer. Ich glaube, das war ein Trümmerteil, oder? Hier ist irgendwas. Hier ist ein Trümmerteil. Und da fliegen wir rein. Und das reißt uns. Ui. Das reißt uns hinten den Flügel ab. Ähm. Uh. Das sieht böse aus jetzt für ihn, ne? Das sieht böse aus. Prince Burry ist hier. Und hier drüben ist der Morten. Bei ihm passiert nichts. Wir schauen mal ganz kurz, was die Gegner treiben. Der Meier. Oder doch. Oder? Wollen wir mal gucken. Das da unten ist Hemsworth. Ja. Das ist er, Hemsworth. Aber der trifft ihn doch nicht. Der schießt doch hier nicht, oder? Guck mal. Der schießt zwar, aber überhaupt nicht in die Richtung, sondern viel, 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 viel tiefer. Ne. Das ist irgendein Trümmerteil, das hier in der Luft war. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich von ihm hier. Der schön vor sich hin qualmt. Und auch mächtig an Geschwindigkeit verliert. Schaut mal. Der ist nur noch. Der ist jetzt nur noch bei 167 Meilen. Und der Schmitz. Der Schmitz zieht aber auch hier schon eine Wolke nach sich. Die zweite Stuka. Also da haben wir auch Treffer gesetzt. Gut. Machen wir noch eine weitere Runde. Gehen in den nächsten Zug. Tönt 5. In die Planungsphase. Und schauen als allererstes mal, ob der Hemsworth hier noch einigermaßen steuern kann. Ich versuche ihn hier auf jeden Fall mal jetzt. Ich versuche jetzt kein gewagtes Manöver, sondern er soll jetzt erstmal wieder gucken, dass er hier stabilisiert. Guck mal, wo der Feind ist. Hier hinter uns dreht aber gerade eine ganz komische Pirouette. Der ist auf dem Kopf. Okay. Ich denke, das ist in Ordnung. Wir geben wieder Geschwindigkeit drauf. Und hier ist Finn Spurrow. Und da fangen wir mal an, jetzt schon so ein bisschen nach rechts einzudrehen. So, ne? Und Morten, der dreht nach links. Ja. Gut. Den schauen wir uns jetzt noch an. Bin jetzt gespannt, ob er, ob Hemsworth die Maschine weiterhin im Griff behält. So, hier fliegen wir die Kurve. Ich gucke mal, wo hier der nächste Feind ist. Hier unten. Da können wir wahrscheinlich jetzt bald einen Angriff fliegen. Und wir haben hier... Oh, was ist denn da passiert? Becker, Lost Elevator Left, Lost Rudder Center und Bubi Becker Open Canopy. Okay, was ist da passiert? Hemsworth, schauen wir uns an. Das scheint noch einigermaßen zu gehen, auch wenn das da hinten kaputt ist. Das ist okay. Und hier sehen wir... Oh, da ist einer ausgestiegen, ne? Das ist Becker. Da hat's jetzt weitere Teile erwischt. Das war hier dieses Lost Elevator und Lost Rudder Center. Und wo ist der... Andere? Wo ist dieser Bubi... Achte, ach, das ist derselbe. Bubi Becker. Da steht einmal steht der... Steht dieser Spitzname mit dabei. Und beim anderen nicht. Okay, das heißt, der ist raus. Der ist raus. Hat hier noch zwei Teile verloren. Und dann... Bereitet er sich aus... Bereitet er sich vor, um auszusteigen hier. Open Canopy. Also deswegen ist hier auch schon der Fallschirm zu sehen. Einen haben wir also erwischt. Die anderen beiden Stuckers fliegen noch. Wobei ein weiterer ein bisschen Probleme hat, oder? Hat er nicht auch gequatscht? Er hier. Schmitz. Der stottert ein bisschen. Und ich glaube, der dritte hat aber auch. Schmitz. Und das ist der R. Schmitz. Ja, der hat... Zumindest hat er hier einen Schaden. Hier sehen wir es. Da fehlt ein Teil des Ruders. Ist hier auch rot angezeigt. Also alle Stuckers sind beschädigt. Eine wird jetzt gleich verlassen werden. Und die beiden Messerschnitt. Um die müssen wir uns dann in der nächsten Folge kümmern. Ich hoffe, das hat euch soweit bis hierhin gefallen. Dann würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben freuen. Oder aber auch ein Abo, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Das Ganze hilft natürlich sehr mit der Sichtbarkeit für dieses Video oder für diese Videoreihe. Und dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr überhaupt zu dem Thema steht. Einen Luftkampf quasi in eine runden WeGo-System zu packen. Ich finde es generell sehr interessant. Auch wenn es sich aktuell noch ein bisschen sperrig anfühlt teilweise. Die Steuerung ist noch nicht so intuitiv. Und wie gesagt, was mir so ein bisschen fehlt, ist natürlich so Immersion. Mit Hintergrundmusik, mit Geräuschen etc. Aber das kommt mit Sicherheit alles noch. Mir geht es jetzt erstmal so um den grundlegenden Gedanken. Was ihr davon haltet. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Wie gesagt, ich finde es generell sehr, sehr spannend. Und hoffe, dass Slytherin hier was Ordentliches abliefern wird zum Release-Datum. Also, dann sehen wir uns morgen wieder im Kampf hier gegen die beiden verbliebenen Messerschmidts und Stukas. Bis dahin, Leute. Haut da rein. Tschö, tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020